Okay Leute, Poltergeist! Wir sind auf jeden Fall bei Poltergeist. Poltergeist hat was für Monster? Galle. Ja, ich bin im Rage Mode. Ohne Mist. Aber ein M... Uuuu. Auuu. Uuuu. What? Lacker. Aber komplett ungeruhend, oder? Hm. Ja. Sieht so aus, ja. Auuu. Ist das dein Ernst? What? Nö, hier schicke ich nen Lottoschein. Ich hab von nisch da Ahnung. Was machst du? Lass mal kurz durchzählen. Ich hab von nisch da Ahnung. Warte mal, 1? Vorne gehts ja schon los. Ich hab von nisch da Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit ohne jetzt die gerechnet. Ich will mal, ist der geruhnt? Oh, nicht geruhnt! Ruhenst du deine Monster nicht? Ich hätte gerne mal mit der Leitschie mehr... Na freilich! Ich kann nicht mehr! Und ihr nennt mich Lacka? Ihr nennt mich Lacka? Guckt euch bitte das hier an! Ich glaube der baut nur 5 Sterne Teams hier... Der rastet komplett aus! hier 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 mir schläft gleich die sicht ein nice monster poltergeist nice monster loser da hat nur ein cyros danke fürs following 50k ausgegeben okay was haben wir hier wir haben drei light in dark wir haben 55 mystische und ja das war's und was hat er noch geschrieben was mit den zwei packs ja dann mach einmal auf und dann kannst du noch mit dem was er da am christian hat noch zwei pakete kaufen welche größe hatte ich nicht gesagt habe ich hier mal von den großen aus oh das sieht aber schön aus oder das hat er schön gemacht das finde ich echt schön hat er auch so ja deswegen hat er so ein lach es geht um die schönheit das geht um die schönheit ja ich muss es ja auch umgestalten das finde ich richtig schön im champion am krassesten finde ich jetzt gerade das leidste mehr ungerohnt was denn das viel musik hier das ist ja billow was denn hier ist ist es denn das okay los okay los alter geist wenn wir da die 5er jetzt ziehen dann will ich auch nicht weiter champion Also nennt mich bitte nie wieder Lacker, wegen den Nat 5. Nennt mich bitte nicht so. Blitze! Lightning! Food! Ist alles Food. Das Chaos geben für das Park gibt es neuerdings bei Amazon. Mit Internet Explorer kannst du probieren zu gucken, da geht es meistens besser. Ey, schon wieder Lacker. Hawkfeuer schon wieder, ey, wenn wir hier die Hawks gezählt hätten, das wäre auch unglaublich gewesen. Ach so, das ist hier der Typ. Ja, ich bin auch top zufrieden, auf jeden Fall. Rohr Elementar. Was über VLC? Mistische Schriftrolle, come on, Mistische Schriftrolle, los! Ha! Los! Schrei mal Mikro an. Ey, wir ziehen nur die gleichen Monster, guck dir das mal bitte an. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Alex! Nur das gleiche! Wir ziehen nur das gleiche, Leute! Nur das gleiche! Keine Ahnung. 20 oder 30 nach 5, ich weiß es nicht. Dem Account kannst du nichts mehr ziehen, der hat alles, ja. Weil, wenn ich da an 5 ziehe, muss ich erst mal gucken, ob er ihn doppelt hat. Minodaurus! Ja, es ist, es ist leider so. Sensmann! Schlange! Uh, Lightning! Der hat's gebraucht! Das ist mir voll ganz klar! Der hat die schon! Der hat die schon! Beruhig dich! Nein! Das gibt es nicht! Du musst dich bekämen! Der hat die schon! Und kurz bitte! Der hat die schon! Ich glaube, das ist ein Lucky Account. Nein! Das ist einfach... Wer es nicht braucht, der will doch nicht drücken! Geht auch rüber! Sock CS! Muss ich mich unnötig aufregen, ihr euch? Ich krieg's nicht auf! Geht mir nicht, weil meine Hände sind zu schwitzig, zu nervös, weißt du? Siehst du, deswegen ziehst du nur Pfeffer aus, aus so einem Account. Ah! Was soll ich machen, ganz im Ernst? Hier, er hat sie schon! Warte, ich zeig... Nein! Warte! Ich will sie dir erst zeigen, dann trinken wir! Ich hab die grad auch schon gesehen! Wo ist denn ins Lager? Wo war'n das jetzt? Hier! Ich baue mir definitiv auch übelze Bäume ringsrum! Hier! War sie schon! Auf 40! Endgame! Ach guck mal, er hat ja noch ein geiles Lightmonster! Schön! Ja! Warte mal! 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 Unglaublich! Glückwunsch für Leica! Hä? Ne, hat er hier! Einer gezogen! Was? Okay! Poltergele Glücksbällchen! Tag 905! Häh! Tag 905! Hau den King auf! Bio! Oh! Oh! Dieses Kacke hier! So! So! Twitch Live! Schreib nicht wer! Einfach nur so richtig dumm geschrieben! das ist ein account ohne mist zweites nat 4 nat 5 heute mal gucken ob man noch mehr lack haben noch ein blitz noch ein hinterjahr nein leider nicht schade schade trotzdem schade 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 aber noch ein lightning gewesen ex man so viele lightnings hat man ja in den ganzen openings nicht come on amazone fe tost ja der erste feigling ist schon wieder abgebaut ist richtig das ist krass was denn ja ich hab's doch schon gesehen dass er geld dafür ausgegeben hat sehr klar das sieht man ja 15 monate später er spielt übrigens 15 monate und die ne nice wollen wir eigentlich mal kommen wir gucken uns mal an was er denn eigentlich noch nicht hat auch von dem vier sterne monster das interessiert mich jetzt mal wirklich richtig dollar hier befindet sich nichts bei den vier sterne monster in feuer befindet sich denn was in wasser nein es befindet sich auch nichts im wasser befindet sich denn irgendwas in wind nein es befindet sich auch nichts im wind aber hier unten haben wir fast die ganze reihe um gott menschen ist hat er noch nicht ja guck mal tasche hat er auch noch nicht den habe ich ja wenigstens okult hat man vor und gezogen wasser wie sieht es da aus mach mal zwischen und schick in die laiengruppe please was soll ich echt machen ja kann ich machen ja so ein mit anderen so wartet geht gleich weiter lager 2 screenshot Oh, was ist denn jetzt? Mein Handy! Was ist mit dir los? Oh, ich bin aus Versehen rausgegangen. Beim Screenshot machen. Super. Egal. Oh, ich bin aus Versehen rausgegangen. Wie schnell ist denn deine Tastensperre drin? Soll ich Galle 2 als Sixster machen, Caro? Na, was hast du denn als ersten Sixster? Mona. Was hast du als ersten Sixster? Du kannst erst wenig durch den PC spielen. Das einzige was geht ist eine App, die uns bleibt im PC spiegelt. Ja, genau. Also ich spiele wie gesagt mit Sighting. Das ist von Samsung im Programm. Dass man einfach, sag ich mal, sein Handy auf dem PC widerspiegeln kann. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis an der Sache. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht. Oh Mann ey, das sind so viele Screenshots. Die mache ich aber jetzt noch nicht rein, ne? So. Ich glaube das wars. Wir haben alle. So, okay. Kult auf jeden Fall. Wir machen aber auf jeden Fall hier weiter jetzt. Bei ihm noch mit den Beschwörungen. Beschwörungen. Weiter. Wir haben noch 19 mystische Rollen. Hier bei dem. Und wieder Blitz. Blitz-Lightning. Phantom Dieb haben wir leider schon. Haben wir schon, haben wir schon. Beruhigt euch. Keine Aufregung. Keine Aufregung, Leute. Ja, gerade ist er schon krass wie viele Blitze. Ja, er hat viele Blitze. Das ist unglaublich, oder? Es ist echt unglaublich. Manche haben hier gar keine Blitze. Also er blitzt hier voran. Er läuft und es blitzt. Mach schon mal nächsten Feigling auf. Vielleicht kriegt man ja aber noch einen Nat 5. Oder vielleicht einen vierten Lucien. Oder... Oder... Oder einen vierten Chao. Oder... Oder vielleicht doch einen zweiten Zairos. Okay, greif! Oh! Blitz-Lightning! Und... Aber guck mal, die habe ich auch noch nicht gezogen. Habe ich noch nie gezogen. Es gibt nur ein paar Monster, die ich noch nicht gezogen habe. Und die ist da drunter, ja? Ich habe die noch nicht gezogen. Danke fürs Following! Danke, danke, danke! Dark Hell Lied! Du hast gerade kaum Zeitwort zwittert. Ja. Juan! Oh, noch ein Blitz! Lightning, Lightning, Lightning! Das ist doch krank, die Rate gerade, ja. Licht! Ja, erstens, die Rate ist krank. Und zweitens finde ich auch die Monster echt nicht schlecht, die wir hier ziehen. Airpause natürlich nicht, ist klar. Ne, mir gehört der... Was? Gehört dir der erste Zair? Ich weiß nicht mehr. Vom Lack her, ja. Aber ist es nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Happy Reaver? Ich würde damit nicht so leichtsinnig umgehen. Ne? Ah ja. Wo steht ihr denn da? Ne, keine Ahnung, weil ich einen Account habe. Aber ich mache... Ich muss dazu sagen, ich mache die Openings jetzt schon über... Also nicht über, also ein Dreivierteljahr. Und die Leute vertrauen mir, weil ich das halt bei jedem mache. Und ich... Was habe ich davon an einem anderen Account? Überhaupt nichts. Null. Gar nichts. Und ich mache das immer öffentlich. Ich habe noch nie jemanden irgendwie verarscht oder irgendwas. Würde ich auch nicht machen. Brauche ich nicht. Ich habe selber einen guten Account. Ich bin zufrieden. Ja? Ich brauche keine... Ihr seht... Ich bin schon mit meinem Account überfordert, ja. Aber naja. Ach so meint der das. Na, wegen leichtsinnig anvertrauen und so. Es ist ja auch okay. Ich habe ja auch ein extra Video mal darüber gemacht, dass man das halt nicht macht. Ich bin voll vertrauenswürdige Person. Also ich werde mal mit Maske sitzen. Drei Licht und Dunkelheit. Ziehen wir noch 1,5 Licht und Dunkelheitsmonster alle? Wenn ich bei Poltergeist dann nirgends. Geiles Lied. Schlange. Aber wir sollen noch 2 Pakete kaufen, ne? Mhm. Hat der überhaupt noch Platz gehabt? Ja, ne? Ah. Die heben wir uns auf. Okay. Holst du? Mhm. So. Aber wie heißt die App für das iPhone? Reflektor 2 heißt die App für das iPhone. Es gibt doch Reflektor oder gibt... Ja. Ähm. Hm. Nicht wundern. Zeitsink ist gerade abgeschmiert. Ja. Mach mal. Ja. Mach mal. Du geholt zwar mal. Nein. Bitte besuch mich. Ich mach heute keine Besuche. Du gehst doch Capcaro-Roppe-Fan. Äh. Okay, haben wir jetzt die Rollen? Ja. 22 mystische Schrift tecnische haben wir noch. Okay, let it go. Boah ey. Fürs iPhone heißt Reflector 2, für Samsung heißt Sidesync und für Android Telefone würde ich Mobizen empfehlen. Schön, dass du hier mit der Musik nicht hieß und ich verstehe hier gar nichts außer deine Maussichtung. Pinguinritter. Oh, nice. Ey, wir haben keine Blüte mehr. Wir haben Rollen gekauft, wir haben Blüte mehr. No up. Boah. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Hängen geblieben. Deine scheiß Angst? Ich weiß nicht was mit... Komm, mache Latte. Oh. Ey, ganz im Ernst, was ist mit dem Scheiß-Handy hier? Ja, es war gerade ein Nat 5. Es war gerade ein Nat 5. Ich war die Polarkönigin in Wind. Ich habe ein iPad. Und mit dem ist es definitiv nicht besser. viel mehr Abbrüche bei Summoners war. Viel mehr. Auch so bei meinen Arbeitskollegen. Viel mehr Abbrüche. Was ist hier los? Mein Handy ist verwirrt. So, okay. Weiter. 15. Klar, kann ich machen. So, lauter gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt so okay. Die haben keine Blitzer, Alex. Mumie. Ja. Das riecht, aber ein iPhone läuft auch nicht da. Ne, vor allem geht es aus, wenn es kalt wird. Ja. Darum hoch, wer ein iPhone hat. Sehe ich an Deppys. Jedes Mal. Echsen, man. Echsen, man. Echsen, man. Kein Blitz mehr. Licht und Dunkelheit. Leider drib keine Perzen mehr. Vor allem wie viel, guck mal, wie viel 3 Sterne Monster der auch wahrscheinlich hat. wird es aber frei. Was, Ratter? Ja, ja. Leitendog, Leitendog, Leitendog. Ist das das Lavergesehen? Ja, ja. 300 oder? ist ja noch voll okay das war es hier mit unserem crazy cool account auf jeden Fall hier nochmal zum angucken seht ihr wahrscheinlich nicht gerade so oft ja schön einfach nur toll also wie gesagt Glückwunsch Poltergeist ich weiß es ist viel Geld aber trotzdem Glückwunsch zu deinem coolen account auf jeden Fall ja so wir gehen zum nächsten account so was haben wir jetzt wir haben ja euer Clubball was ich hab noch bis morgen früh genau bis morgen